Du bist so ein Pimmel! Ja, so bezeichnete ein Twitter-Nutzer den Hamburger Innensenator Andi Grote Mitte 2021. Und dieser Kommentar unter einem Tweet von Andi Grote hat hohe Wellen geschlagen, führte zu einer Hausdurchsuchung mit sechs SEK-Beamten, die sich dann alles vereinleibt haben, was irgendwie nach Technik aussah und führte vor allen Dingen zu etlichen Gerichtsprozessen. Wir schauen uns mal an, wie die Gerichtsprozesse ausgegangen sind. Darf man auf Twitter jemanden als Pimmel bezeichnen, auch wenn der vorher mit einem Tweet sich vielleicht nicht ganz korrekt verhalten hat? Und vor allen Dingen darf man wegen einem ja nicht ganz passenden Tweet einfach mal so eine Hausdurchsuchung anordnen? All das und noch viel mehr in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und abonniert gern diesen Kanal, wenn ihr zu Rechtsthemen mehr wissen wollt. Recht ist unser täglich Brot, mein Brot sowieso als Anwalt, aber euer auch, denn ihr müsst euch rechtlich korrekt verhalten. Deswegen abonniert den Kanal, damit ihr das auch auf dem Schirm habt, was ihr so täglich beachten müsst. Ich weiß nicht, ob Andi Grote das so auf dem Schirm hatte, als er das hier gepostet hat. Da hat er gesagt, in der Schanze feiert die Ignoranz. Das war die Hochzeit von Corona. Manch einer kann es wohl nicht abwarten, dass wir alle wieder in den Lockdown müssen. Was für eine dämliche Aktion. Danke an Polizei Hamburg, die wieder mal den Kopf hinhalten, damit die Pandemie nicht aus dem Ruder läuft. Also gab ein paar Feiernde an der Schanze. Und dann sagt unten jemand, du bist so ein Pimmel. Hier seht ihr das. Das ist nicht das Originalposting. Unten drunter, der war Zosankt Pauli, war der Twitter-Nutzer, der das geschrieben hatte. Du bist so ein Pimmel. Aber es sah quasi genauso aus. Andi Grote schäumte vor Wut und sagte, das kann doch nicht wahr sein, dass man mich so beleidigt. Und hat also Strafanzeige erstattet. Sofort wurde die Wohnung gestürmt. Nicht ganz sofort, drei Monate später, erst nach dem Post, hat man die Wohnung von Zosankt Pauli gestürmt. Und seine Privatwohnung im Stadtteil St. Pauli, 6 Uhr morgens früh, standen die Polizei an der Tür. Und es wurde gesucht, das Gerät, mit dem du bist so ein Pimmel, unter einem Tweet von Andi Grote geschrieben wurde. Und die wussten, dass da zwei kleine Kinder im Haushalt lebten. Und dann, naja, guten Morgen, Deutschland, sagt eben derjenige, der es getan hat. Er sagt auch, was sollte überhaupt die ganze Aktion. Ich hatte mich da schon längst bei der Polizei gemeldet, drei Wochen vorher. Es gab eine Vorladung. Ich bin da hingegangen. Die mussten jetzt hier nichts mehr durchsuchen. Außerdem wussten die auch, ich wohne eh nicht mehr bei meiner Ex-Freundin. Da gab es auch gar nichts zu finden. Also, große Diskussionen über diese Aktion. Du bist so ein Pimmel. Große Diskussionen übrigens auch über das Datenleak von Facebook. Wenn ihr betroffen seid, checkt es mal unten aus in der Caption. Versuchen wir 1.000 Euro für euch von Facebook geltend zu machen. Ja, wie ging der Fall jetzt weiter? Grote hat sich trotzdem im Recht gesehen. Hat gesagt, es ist eine autonome Entscheidung der Staatsanwaltschaft. Ich habe nur Strafanzeige wegen Beleidigungen erstattet. Insofern können die doch sagen, was sie wollen oder nicht. Ich muss mich ja nicht beleidigen lassen. Stimme ich immer zu. Im Netz muss sich niemand beleidigen lassen. Das ist ja genau mein Thema. Wir machen viel zum Thema Mobbing im Netz, Beleidigungen im Netz. Wir sehen auch zu, dass gewisse Grenzüberschreitungen gestoppt werden. Aber ob hier eine Grenze überschritten worden ist, muss man mal schauen. Vielleicht ist die Grenze von der Staatsanwaltschaft überschritten worden, die die Hausdurchsuchung angeordnet hat. Also, die hat zunächst mal gesagt, dass man jetzt doch irgendwie wegen dieses Pimmelgates nicht weiter ermittelt, weil irgendwie gibt es doch kein öffentliches Interesse. Also erst war das öffentliche Interesse sehr groß, weil Hamburgs Immensenator wird beleidigen. Jetzt haben wir gesagt, so wild ist das ja gar nicht wegen mangelnden öffentlichen Interesses. Stellen wir es alle ein. Denn er kann ja selber klagen. Also man kann ihn sozusagen auf den Privatklageweg verweisen. Das hat er meines Wissens nach nicht gemacht. Den Privatklageweg ist relativ teuer, aufwendig. Und naja, der Schuss ging ja auch ein bisschen nach hinten los, wie wir gleich sehen werden. Also, er selbst geht es nicht vor, scheut vielleicht die Verfahren. Und ich habe ja auch im ersten Video schon gesagt, seine Chancen wären auch relativ klein. Denn eine strafbare Beleidigung, die setzt ja eine Herabwürdigung von Andi Grote voraus. So, wenn man jemanden als Fotze bezeichnet, als Arschloch, ist das in der Regel eine Herabwürdigung, eine Beleidigung, eher verletzend. Ob das hier allerdings schon eine Beleidigung ist, würde ich eher Nein sagen. Denn das war ja, muss immer im Kontext zu sehen sein. Wenn mein Kumpel zu mir lachend sagt, hey, du Idiot, dann ist das keine Beleidigung, dann ist das lachend gesagt. Und hier muss man sagen, es gab ja diese Zahl 1, also hier unten, du bist so ein Pimmel, hier unten seht ihr das. Es gab diese Zahl 1, die macht es ja schon so ein bisschen scherzhaft, lächerlich. Es ist nicht allzu ehrkränkend. Auf einer Skala zwischen witzig und ehrkränkend würde ich sagen, eher witzig. Und natürlich muss man auch sagen, er hat hier oben die Feiernden auf der Schanze auch als dämlich bezeichnet. Das heißt, auch er hat solche Worte benutzt, die man umgangssprachlich vielleicht als Beleidigung sehen würde. Und insofern, dass man dann daraufhin das Ganze überspitzt und mit Pimmel antwortet, muss man sagen, ja, wahrscheinlich keine Beleidigung. Aber das werden wir jetzt so nicht rausfinden. Erstmal die Staatsanwaltschaft haben gesagt, soll der doch selber klagen? Jetzt gab es allerdings auch noch eine Fragestellung, war denn die Hausdurchsuchung korrekt? War die nicht vielleicht ein bisschen überspitzt? Und da muss man sagen, gab es jetzt eine neue Wendung. Denn die Gerichte haben gesagt, das Landgericht Hamburg, die Hausdurchsuchung war unverhältnismäßig. Die Wohnungsinhaberin, also die Ex-Freundin des Kommentators, hat gesagt, ich lasse mir das nicht gefallen. Mara K. heißt die. Ich will nicht, dass sechs Uhr morgens meine Wohnung durchsucht wird, ich hier als Verbrecherin dastehe, weil mein Ex-Freund hier irgendwie jemanden als Pimmel bezeichnet hat. Und tatsächlich, Landgericht Hamburg sagt, war rechtswidrig. Denn wir müssen abwägen, die Unverletzlichkeit der Wohnung im Grundgesetz geregelt, hohes Gut, sehr hohes Gut, schwerer Eingriff. Und auf der anderen Seite die Schwere der Straftat, die da begangen worden ist, die, wenn überhaupt, kleine Beleidigung, sagt das Landgericht Hamburg. Also die müssen sich schon damit auseinandersetzen, wenn überhaupt war es eine kleine Beleidigung, relativ geringes Strafverfolgungsinteresse. Da kann man keine Hausdurchsuchung für ansetzen. Sie sagen auch, naja, man muss auch sagen, auf Twitter hatte er sich auch vorher aufgeregt, die alle als dämlich ignorant die Feiernde bezeichnen. Und ein Jahr zuvor hatte Andi Grote selbst noch gegen Corona-Auflagen verstoßen. Und vor diesem Hintergrund hat das Landgericht Hamburg gesagt, die Beleidigung war eher am unteren Rand der Erheblichkeitsschwelle. Ja, und ja, insofern Hausdurchsuchung passé. Das Doof ist, man kann jetzt die Hausdurchsuchung, die war also illegal, nicht ungeschehen machen. Das heißt, die Mara, die hat jetzt das Problem, die waren bei mir 6 Uhr morgens und es hat irgendwie so ein Stickmal noch drauf. Aber sie kriegt keine Entschädigung, sie kriegt auch keine weitere Entschuldigung. Das Amtsgericht, das Gericht hat hier immerhin gesagt, in Zukunft werden gleichgelagerte Fälle wohl anders entschieden werden. Ja, klar, kann sich nur auch nichts von kaufen. Es ist nur so, bei unrechtmäßigen Maßnahmen hat man schon mal ein Recht auf Schadenersatz. Aber den muss man in der Regel auch vor Zivilgerechten dann durchsetzen. Und den gibt es in der Regel auch nur dann, wenn die Polizei was kaputt gemacht hat. Das haben wir ja nicht gesehen, dass was kaputt gemacht worden ist. Für reine Unannehmlichkeiten gibt es auch keinen Schadenersatz. Das muss man allerdings auch sagen, naja, in einem funktionierenden Rechtsstaat muss auch die Polizei mal ausrücken. Muss man auch zeigen, man hat sich geirrt, ohne dass der Staat sofort haften muss. Kann man auch so argumentieren. Das könnt ihr hervorragend unten in der Caption diskutieren. Kleines Schmankerl am Ende. Mittlerweile hat Grote mit dem Pimmelgate eine noch größere Bühne bekommen. Überall in Hamburg gibt es Sticker, die jetzt sozusagen dieses, so ein Pimmel auf Plakaten auch zu finden sind und auch an irgendwelchen Laternenmasten zu finden sind. Also die werden noch lange in den Köpfen der Hamburger kleben bleiben. Diese Sticker, dass du bist so ein Pimmel, ist so ziemlich nach hinten losgegangen für Andi Grote. Auf voller Linie auch rechtlich. Und damit dürfte jetzt endlich ein Schlussstrich drunter gezogen sein. Denn ihr wisst ja, wir bleiben dran an den Fällen und beobachten die bis zum Schluss so auch diesen interessanten Fall rund um Hamburgs Innensenata Andi Grote. Falls dir das Video gefallen hat, abonniert gerne den Kanal. Wir sind am Weg zu einer Million Abos. Würde mich tierisch freuen, wenn ihr auch neue Kunden hier bei WBS als Abonnenten dieses YouTube-Kanals werden könntet. Und wenn ihr gemobbt werdet, beleidigt werdet im Internet, dann werdet unsere echten Kunden bei WBS Legal. Würde mich jedenfalls sehr freuen, euch irgendwann begrüßen zu dürfen und euch vielleicht unterstützend das Recht nochmal beibringen zu können. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, die noch zwei Videos hier jedenfalls interessieren könnten. Unsere Kontaktdaten findet ihr wie immer unten in der Caption, wenn ihr uns kontaktieren wollt. Ansonsten sehen wir uns hier weiter morgen. Bleibt gesund, liebe Leute. Tschüss und bis dahin.